Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Greedfall. So, wir müssen jetzt gucken, wie wir den Alchemisten hier an den ganzen Pöbel vorbeischleusen. Was ist denn hier los? Ach guck mal, wo geht's denn hier rein? Ach, nur einer an. Schloss knacken, ich kann ja keinen Schlüssel knacken. Schande über mich. Hier war aber jetzt gerade noch irgendwas. Hier, ein Schlüssel. Lagerschlüssel des Wirts. Kann ich damit jetzt die Tore aufschließen? Das wär's doch jetzt. Nee, da muss ich definitiv ein Schloss knacken. So, wir haben die Lager, den Lagerschlüssel des Wirtes. Ähm. Gehen mal nach unten. Das ist definitiv die Küche. Wir können aber den Schlüssel verwenden. Wie, du hast keinen Schlüssel? Den hab ich doch... Ah. Ja. Hier haben wir aber einen. Guck mal, was haben wir denn hier? Ach so, das ist das Lager. Goldenschlüssel des Wirtes. Metalldübel. Gehört zu einer Quest. Der Schlüssel zur Taverne wird uns nämlich mit Sicherheit hier helfen. Ja, super. Also, ich muss nochmal dazu sagen, es ist für mich so, Witcher-mäßig, ähm, hat das Spiel bestimmt nur was mit den Monstern gemeinsam. Ähm, von den Charakteren her und Gefährten, Romanze, würde ich sagen, es ist Dragon Age, aber alles andere hier, ähm, würde ich sagen, ist es eher wirklich Drakensang oder Gothic. Aber ich guck erst mal noch weiter. So? Did you find a way to get me out of this hornetsnest? Yes. I need to get you out of here. I have unlocked the service entrance. You will be able to sneak out of there discreetly. You need to remain prudent. I will escort you to your cart. I follow you. Let's sneak out the back. I hope we don't run into any unhappy patients. Ja, wir müssen jetzt erstmal nach unten kommen. Ja, bleib mal locker. Huh. Wo kamen die beiden denn jetzt her? Ähm. Okay. Hier kommen wir, was? Öffnen. Das können wir nicht öffnen. Ähm. Können wir mit ihm jetzt reden? Nee. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Nein, gibt's nicht. Glaube ich zumindest. Wir können hier land gehen. Okay. 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 Na komm, los. 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 Sehr schön. Denen haben wir es gezeigt. Die anderen haben nichts verloren. Ich wollte eigentlich da lang gehen. Wo ist denn sein Wagen überhaupt? Wir müssen sogar da, oder? Wo müssen wir denn lang? Ich gucke mal auf die Karte. Ach, wir müssen da. Oder gehen wir lieber hier lang, ne? Sag ich doch. Dann gehen wir lieber hier lang. Da hinten stehen die bestimmt alle. Sieht nämlich an sich sehr gut aus. Ja, also das sieht an sich, also es sieht eigentlich nicht sehr gut aus hier. Ich weiß nicht, woher die jetzt gesehen hat. Woher hat die denn? Ich schlag einfach mal. Mach hier mit zu. Das haben wir auch erledigt. Und ich bin Level 2. Hey. Irgendwas, etwas Wichtiges auch gesammelt. Kurt glitzert so. So, wir gehen hier lang. Hier ist der Wagen. Ich denke, das ist aber nicht da. Ich glaube, wir müssen ihn nach hinten bringen. Ja. Ja. Super, Le. Oh, was habe ich denn jetzt gedrückt? Warte mal. Wurde ich etwa gerade gefragt, ob ich da bleiben will oder ob ich direkt zu dem Questgeber gehen möchte? Das ist doch mal eine geniale Lösung. Das erspart so viel Hin- und Her-Rennerei. Wenn das jetzt im ganzen Spiel so bleibt. Mega. Wir decken die Flucht des Alchemisten. Lever die Verpflichtung, die seine Verpflichtungen erzielen. Governor Burhan wird glücklich lernen, dass so ein amiable Legate bald über die Schuhe von Tierfredi. Danke für Ihre Hilfe, Excellency. Und lasse mir, dass ich Ihnen dieses modeste Gift für Ihren Gehäuse offerte. Wenn wir ihn natürlich jetzt zur Rede gestellt hätten, dann hätten wir jetzt keine gute Beziehung mehr zu ihm gehabt. Und klar hätten wir ihn jetzt ein bisschen ärgern können damit. Aber, ähm, ja. Ist natürlich auch blöd, weil wir wollen ja eigentlich auch an sich eine gute Beziehung zu den ganzen Fraktionen haben. Ich meine, immer wird es natürlich nicht gehen, aber solange es funktioniert. So, jetzt haben wir hier noch eine. Irgendwie... Irgendwie... Uh, aber... Ähm... Ja, ich wusste es. Ich schlage einfach zu. Ich schlage einfach zu. Der Händler, genau. Das ist ja kurz, ähm... Anliegen. Hier ist sonst nichts. Gut, dann gehen wir natürlich zu dem Händler. Und dann war da noch irgendwas mit Ketzern. Und dann war das, was du mit dem Händler eingestellt hast. Da war ein Verständnis, Madame. Natürlich sind wir bereit, um die Händler zu haben. In fact, ich habe bereits ein Wort mit deinem Händler. Sie fragen, dass wir wiederholfen haben. Despite, dass sie bereits bezahlen haben. Es ist nur, dass die Kosten schon aufhörst. Ich habe nichts zu tun mit. Das ist inadmissbar. Wenn du auf eine Händler eingestellt hast, musst du das Händler zu haben. Ich bin, Madame. Ich bin nur ein Händler, und ich bin nur ein Händler. Ich bin nur ein Händler. Ihr Master hat sich wahrscheinlich gefragt, dass Sie eine zweite Händler für dieses Händler zu demanden. Das ist richtig. Er hat mir gesagt, dass der Händler zu sehen, dass sie ein Händler zu haben, wenn er die Händler zu verabschieden hat. Und so er hat mir gedacht, dass die Guarden würde enden, in der Ende, was er gefragt hat. Ich bin, und ich bin derjenige, dass sie das Händler zu verabschieden haben. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders? Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise. If these thieves agreed to reimburse the original payment, it's what we'd do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You were demanding a second payment, but refused to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? So, wir haben Intuition, ihn zu bestechen oder Charisma Gefängnisstrafe androhen. Dann bleibt nur noch ihm drohen oder gehen. Also ich denke mal, ihm drohen ist wahrscheinlich so an sich die letzte. Wir machen mal Charisma. Ah. Dann versuchen wir die Intuition. Dann versuchen wir die Schmerzen. Du musst nur ein Verständnis machen, oh, die dastardlich boldness von ihm face, in front von deinem Master, und wir sind fertig. Und der Bonus wird wie viel? Na, du wirst nicht mit dem Reinhard. Oh, okay, fertig. Ich bin mit dir. Als ich, als ich mein Bonus bekommen, meine Augen werden so schwer, wie. Ah, nicht noch. Du wirst dein Bonus danach. Der Guard hat bereits einmal einmal geholfen, von deinen Verständn. Na, du kannst mich nicht gegen mich, um zu versuchen. Sehr gut. Ich kenne deine Leute, um zu kommen. Du hast sicherlich Ehre in deinem neuen Titel. Bravo! Der Quartiermeister muss uns erwarten. So, wir sollen jetzt den Quartiermeister... Äh, dafür muss ich einmal auf die Karte zugreifen. Wir müssen hier hin. So. Ja, das haben wir doch sehr gut gelöst, finde ich. Was war da? Da war tatsächlich noch was. Das haben wir doch sehr gut gelöst. Wir hätten natürlich ihm jetzt auch an sich drohen können, aber das wäre dann... Also, es hätte wahrscheinlich nur zu einem Kampf geführt. Wir müssen hier lang. Und dahin. Ja. 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 Ich bin sehr gut. Ich bin sicher, dass dein Mission nicht komplett fertig ist, Kurt. Blast mich. Ich bin ein Captain, nicht ein Errenbein. Der Kommandant war ziemlich explizit. Sehr gut. Was muss ich tun? Der Merchandise, die du erhalten hast, muss sich bis zum Tierfriedi senden, schnell wie möglich. Aber die Port Authority formalitäten für shipping dauern eine lange Zeit. Und wir haben bereits ein paar Zeit mit diesem... Dishonest Merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah. But you don't mind asking that of Kurt? Well, now. If he finds an alternative solution that is less illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvellous. Well then. I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Okay. Ähm. Die Handelsware muss weg mit dem nächsten Schiff. Ich weiß, dass wir mit irgendeinem Captain reden sollen. Und ähm. Halt mit dem Schiff. Dass wir mit dem Schiff zu dieser Insel fahren. Wir können ja wahrscheinlich diesen Captain dafür benutzen. Dann wollen wir erstmal dahin. Aber ich denke mal, der wird das nicht ohne irgendetwas machen. Wahrscheinlich müssen wir für den auch eine Aufgabe lösen. Ne. War nix. Das sah nur so aus. Das hat getäuscht. Gut. So. Da lang. Schnell die Kiste hier mitnehmen. Hmm. ischer Kopf hoch. Man muss zerstören mali sein. Uuuuuh. Schmies schlechthin. Alright. Ich verstehe. Ich finde sie Wooden. Ich bin de Sardé, der Prinzessin. Alles ist in Ordnung. Wir werden bald auf Ihren Boot embarkieren. Es ist ein Land, nicht ein Boot. Entschuldigung. Entschuldigung für meine Frage, aber der junge Gouverneur ist nicht mit dir. Er kam nicht nach Hause. Ich muss ihn vor dem Entschuldigung finden. Ich hoffe, dass nichts mit ihm passiert oder er nicht verändert hat. Die Tide wird nicht warten. Vielleicht hat er nur seine Erinnerung mit etwas zu viel Entschuldigung. Ist alles bereit? Wir sind ein Crew-Member. Der Cabin-Boy ist weg. Aber keine Angst, wir werden ohne ihn, wenn er sich nicht vor der Tide presentiert. Ist er ein wichtiges Erinnerung der Crew? Wir brauchen ihn nicht für Sailing oder Navigation. Er ist nur ein Cabin-Boy. Er muss einfach ein bisschen zu viel zu essen in der Erinnerung des Erinnerung. Wie ein anderer, ich weiß. Der Schiffs-Junge. Okay. Der Schiff-Junge, okay. Der Schiff-Junge, okay. Der Schiff-Junge. Der Schiff-Junge, nur seine Br sortie. Der Schiff-Junge? Der Schiff-Junge? кую! Und die Schiffe? Ich weiß nicht. Strength-Jстановischer Schiff? Sy interconnected tegen Norton. 直接 kämpfen. Okay, nach den Ketz-Anfragen. Nicht zu viel verraten, aber die Mission offen mit ihm besprechen. Also, ich würde die Mission offen mit ihm besprechen, weil es ist ja jetzt nichts irgendwie geheimnisvolles da dran, finde ich jetzt. Und er soll uns natürlich dabei helfen, wegen dem Schleuser und so. Okay, Konstantins Abwesenheit fragt. Nach Hilfe mit den Gütern fragen. Das würde ich noch nicht tun, das würde ich erst machen, wenn wir den Schiffsjungen geholt haben. Nachfragen diesbezüglich die Nauten. Could you tell me a little about your guild? We are masters of the oceans. Our ships can sail where no others dare. Thanks to your magic, so I've heard. How do you become a Naut? Our magic, yes. That only the Nauts master. As for your question, Any child born on one of our ships is seaborne. He is a Naut from birth. Others are sea gifted. Joining the Nauts for different reasons. Often from a young age. It's how the guild is made and maintains its numbers. Okay. Could you tell me anything about our destination? The island of Tiafridi. It is a magnificent place. Wild. Spared from your wars and your mines for now. The natives have a relationship with their land. And consider it sacred. There are very friendly people, welcoming. That will appear to you strangely familiar. I've also heard that there are a great many exotic creatures. Some enormous. But I wouldn't know what else to tell you. I've never strayed far from the ports. Ja, es soll da sogar die Rede sein, dass da so ein Monster existiert, das so in der Art ist wie das Biest von The Witcher. Gut, dann haben wir hier alles. Und gehen erstmal. We need to have a word with that people smuggler, the sailor mentioned. He's a captain Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Ja, wir haben direkt hier hinten auch. Was? Nämlich das von dem Schiffsjungen. Boah, ich liebe das, dass die mit einem quasseln, ne? Ich find das total geil. Einmal mal trinken. Aber vorher auch eben gucken und lesen. Das Tagebuch des Schleusers. Oh, ich habe zwei neue Kunden. Sie wollen nach Alsat reisen und die Inquisitoren sind ihnen auf den Fersen, was meine Arbeit nicht einfacher machen wird. Ich denke, ich kann sie unauffällig auf ein Schiff bringen, aber wir müssen vorsichtig sein und ich hoffe, dass sie geduldig und ruhig sein werden. Ich werde sie in einem Lagerhaus hinter dem Hafenamt verstecken, in das sich die Inquisitoren niemals hineinwagen werden. Okay. When did you last see him? Two days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro, und ich. Did anything seem out of the ordinary? Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Boy, I haven't the faintest idea. What does Jonas do in his free time? When you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. One drink lasts him the whole night. Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. Do you think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro. Don't get me wrong. He's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. The itch for a drink gets us all, but to him more than others. And when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over and I thought I heard Jonas' voice by the canal. I call back to him, as you'd guess, but they're nothing. Drink. It blurs the senses. Gut, es kann aber natürlich sein, dass der Junge wirklich verschleppt wurde, ne, und irgendwo in der Kanalisation festgehalten wird. 25. Interessant. Der steht auf jeden Fall schon mal auf unserer Liste. Ich glaube, Kurt können wir auch verführen. Das macht aber irgendwie die Freundschaft kaputt, finde ich. So, hier muss, was ist er denn da? I know him. But like I've been crying to the nine deaf winds, he didn't go missing, he was taken. Mm-hmm. Were you a witness to the event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand? Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and puffed. Gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. And I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No. Not telling him that. I still have some pride left. You get me? Did Jonas seem troubled to you the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mess too, don't you? It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know, I kind of remember his face being there. Okay. What do you think about Captain Vasco? He's a just man who knows his nots. He's well appreciated by the crew. It's a pity that he has a much heart for last known again. Always seems unhappy, our captain. Ja, ich muss mich jetzt leider verabschieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.